servus leute ein neues video auf youtube ich bin jonas meine stimme ist immer noch weg ich bin immer noch hart erkältet aber mittlerweile sind wir in den bergen in les axe ultra das chaos gerade hat es richtig hart gepisst und gewittert der lift fährt jetzt aber die haben den extra für uns eingeschaltet anstatt dass drei lifte offen haben so wie es auf der website steht hat jetzt wohl nur ein lift offen wir wissen es aber auch noch nicht so genau hier hat es wohl drei strecken die wir unter dem lift hier fahren können da unten sieht es auch nach bike parkstrecke aus als ich bin jetzt echt mal gespannt was da auf uns zukommen aber wir schauen einfach mal wir sitzen im lift das schon mal ein großer fortschritt die bahn unten fährt nämlich auch nicht jetzt mussten im auto erstmal irgendwie 15 kilometer oder so den berg hochfahren jetzt immer aber im lift wir gucken mal was hier abgeht ich habe gar keine ahnung ich war noch nie hier wir schauen einfach mal ich nehme mich einfach mal mit und wünsche euch aber viel spaß mit dem video und wird sagen es geht einfach los let's go woher 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Send it, boys Whoa! 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 Wow! Whoa! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Entering Highline Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So jetzt, okay? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020